Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen Advent-Video. Es gibt ein kleines Problemchen und zwar wollte ich ja einen Podcast machen, ich bin aber immer noch nicht dazu gekommen und ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Deswegen habe ich einen anderen Wunsch, der mir schon öfter geäußert wurde und den ich eigentlich ganz charmant und freundlich und nett finde, genommen und zwar mach doch einfach, worauf du Bock hast. Es ist so simpel, aber ja, das ist doch, ich meine, ich denke zwar viel nach, was könnte euch interessieren, was könnte euch gefallen oder wofür könnte ich euch mal begeistern, aber letzten Endes hatte ich mal wieder richtig Bock, auch wenn jetzt irgendwann noch eine Top Ten oder zwei Top Tens folgen. Ich möchte noch eine Top Ten machen und ich wollte schon immer mal, immer mal meine Top Ten Pokémon und unter anderem auch deren Entwicklungen machen. Und es gibt einen Haufen Pokémon und ich habe wirklich Probleme gehabt, da was rauszusuchen. Das war wirklich schwer, aber ich habe vor allem die genommen, wo ich A, was dazu sagen kann und B, wo ich einfach halt auch kenne in einer gewissen Form. Es gibt einfach manche Pokémon-Staffeln, die ich noch nicht gesehen habe, so die späteren zum Beispiel. Ja, und es ist halt besser für mich einfach in dieser Hinsicht. Spiele habe ich zu wenig gespielt, um ehrlich zu sein, nahezu keine. Deswegen, ich bin da einfach, ich bin nicht so der krasse Pokémon-Gamer. Ich bin, wenn dann mehr der Pokémon-Schauer, kann man das so sagen. Manga gibt es halt auch nicht so wirklich. Sie existieren, aber so richtig gibt es auch keine Pokémon-Manga. Von daher, ja, also, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und es kann natürlich sein, dass ich die Pokémon-Namen falsch ausspreche. Aber das ist auch, ich meine, das ist klar, weil im Gegensatz zu Digimon, die permanent ihren Namen sprechen und immer wieder, damit man das sich merken kann. Das ist bei Pokémon eben halt nicht. Und deshalb, wie gesagt, kann es sein, dass ich Namen falsch ausspreche. Das ist aber nicht, um euch zu ärgern, sondern nur, weil ich es nicht besser weiß. Zu allen Infos, Fakts und so weiter, wenn euch irgendwas auffällt, dass irgendwas nicht stimmt oder so, dann könnt ihr mich gerne auch in den Kommentaren berichtigen und sagen, ey René, das ist aber so und so. Und nicht das, was du gesagt hast, nehme ich hin. Ich bin auch noch ein Mensch, ich mache auch nur Fehler und würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der Top 10 Pokémon und unter anderem deren Entwicklung. Auf Platz Nummer 10 Habe ich Hundemon, tatsächlich. Hundemon ist eigentlich ein richtig geiles Pokémon. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht so, holy shit, guckt euch dieses, guckt euch dieses geile Design an einfach. Das ist so cool. Es kam aber letzten Endes ja in der dritten Staffel nur mal ganz kurz vor mit so einem, mit so einem Pokémon Trainer, der, ja, wie soll ich sagen, oder Trainerin war es ja, wo man gedacht hatte so, also so gegen Ende der Staffel hat man so gedacht, oh, die kommt jetzt irgendwie noch dazu, aber war irgendwie nicht der Fall. Was ich schade fand, weil zum einen mochte ich, oder zumindestens, ich kann nur von meinem damaligen Ich sprechen, äh, ich fand die Pokémon Trainerin damals richtig cool eigentlich, so vom Design her und alles hat mir vollgefallen. Hätte auch zu den anderen, zu einer anderen Crew gepasst, aber wie gesagt, die war halt nur ein oder zwei Episoden oder so dabei. Ähm, und hat dann da ihr Hundemon rausgepackt und ich habe gedacht so, alter Schwede, nices Design. Es ist simpel, aber doch irgendwie geil. Allgemein muss man, äh, sagen, Ken Sugimori ist ja der, ähm, ist ja der Designer von der, von den Pokémon, der macht das richtig nice. Finde ich viel besser als bei Digimon, ehrlich gesagt. Also ich mag auch Digimon-Designs, versteht mich nicht falsch. Aber Ken Sugimori und Pokémon, das ist der Shit. Also teilweise wirklich so ein bisschen over-designed und manchmal auch, ich sag mal, ungewöhnlich düster und unangenehm anzuschauen für so eine Kinderserie, aber fucking genial auf jeden Fall. Deswegen, auf Platz 10 habe ich hier Hundemon. Ganz simpel, wir fangen erstmal mit einem easy Design an. Dann kommen wir auf Platz Nummer 9. Und das ist halt, ich meine, guckt's euch an. Guckt's euch an. Es ist einfach eine geile Idee. Galoppa. Galoppa ist einfach ein geiles Pferdedesign. Kann man einfach, wenn man das sieht, es ist so nice. Kam in der ersten Staffel vor. Ganz kurz eigentlich. Da gab es irgendwie so eine Szene, wo Team Rocket mit irgendeinem schwarzen Gegenstand den irgendwie quasi, ja, gegen die Helden aufgestellt hat, so. Galoppa hatte dann keinen eigenen Willen mehr. Es war schon, ja, ich meine, man könnte jetzt sagen, es ist schon eine dramatische Szene gewesen, aber man hat nicht viel von Galoppa gewusst oder so, ne. Es war ein freilebendes Galoppa, so in der Berglandschaft. Hat er gerade Wasser getrunken und dann kam Team Rocket mit dem schwarzen Gegenstand und dann war Sense. Und das war so ein bisschen die Episode an, die kann ich mich noch recht gut erinnern. Ja, also, ich meine, guckt's euch an. Ist ein nice Design, ne. Also, das ist, das ist so, wo ich sagen muss, nice Galoppa, ähm, von dem neuen, von der neuen Entwicklung da in, hier, äh, wie heißt das, äh, Pokémon Speer und Lanze, äh, finde ich das, na, na, reden wir nicht drüber. Reden wir einfach nicht drüber. Dann Platz Nummer 8. Platz Nummer 8 habe ich auch überlegt, ich wollte es vielleicht vorher setzen. eigentlich viel, viel früher setzen, ähm, aber, oder später, was sagt man, ich wollte es in die Top 5 eigentlich setzen, aber dann sind mir noch so coole neue Pokémon eingefallen, dass ich gedacht habe, okay, fuck, ich wähle für den achten Platz, aber immerhin noch auch, wenn es ein All-Time-Favorite ist, Glurak. Warum? Ich weiß, das ist halt Klischee, Glurak, äh, ja, der nimmt doch jeder, äh, Spast und so, aber Glurak, guckt euch Glurak an. Erstens mal, zum einen, also, ich, ich liebe einfach, ich mein, dieses, das ist einfach so ein geiles Design. Es ist halt, Glurak, äh, war ja dieses, diese Story mit, ähm, mit Ash, ähm, wie er da eben seinen, äh, Glutexo war es, glaube ich, ja, Glutexo dazu bringen wollte unbedingt, dass es sich entwickelt, weil es so schwach war. Und, äh, dann hat es sich ja weiterentwickelt, ein Glurak, hat aber dann nicht mehr auf Ash gehört, ne? Ich, ich weiß nicht, woran das jetzt genau lag, ich glaube, ich glaube mal irgendwie was mit Arena-Orden, aber kann mich auch, kann mich auch irren. Das war auf jeden Fall in so einer, das war in so einer Wüsten-Arena, ähm, kann, es könnte sogar, könnte, meine ich, ein Arena-Kampf sogar gewesen sein. Das war auf jeden Fall so ein Wüstensetting. Und, äh, da wurde eben halt Glutexo quasi zwanghaft, äh, zu Glurak und, äh, Glurak ist halt durchgedreht, ne? Hat nicht mehr auf Ash gehört. Eigentlich ganz, das war eigentlich ziemlich dramatisch so. Das fand ich schon, schon krass, ne? Und auch wie, wie böse Glurak dann auf einmal geworden ist, ne? Nicht mehr der, der süße, liebe Glutexo, sondern richtig, richtig fieses Viech. Und, ähm, ja, was soll man sagen? Ich meine, guckt euch an, ich finde auch immer, wenn man, wenn man sich, guckt euch mal Glurak genau an. Wenn ihr Glurak so seht, also, ich bin dann nicht der Einzige, der eigentlich das Gefühl hat, da ist ein Fossil-Pokémon verloren gegangen, oder? Ich meine, erstens mal so dieses, äh, dieses Dino-artige, ne? Also, ja, Drache, aber irgendwie auch Dino-artige. Und dann, dass das allgemein das Design, ich finde, es hätte, es schreit nach einem Fossil-Pokémon, ehrlich gesagt. Aber, die, äh, Pokémon-Entwickler haben das ein bisschen anders gesehen. Aber egal, egal. Trotzdem, trotzdem, nices Viech. Glurak auf Platz 8. Auf Platz 7. Hab ich auch ein bisschen überlegt. Hab ich auch ein bisschen überlegt. Ähm, ist einer der Episoden in, äh, Pokémon, wo tatsächlich, ähm, ich sag mal, schon mit sehr, sehr viel Dramatik und, und dem Druck auf die Tränendrüse, äh, ein Pokémon quasi wirklich von dannen geht. Das war wirklich, wirklich traurig. Und da, wie ihr halt seht, ist es natürlich Vylord. Vylord sieht fucking fantastisch aus vom Design her. Er, er, er hat so ein, er hat so, ich finde es halt einfach geil an dieser Entwicklung. Er hat, er hat so ein süßes, ein bisschen bescheuertes Lächeln, so. Ich finde es, ich finde es geil, es passt perfekt zu dem Wal. Ich finde es richtig nice. Und, ähm, ja, wie gesagt, ähm, es war eine richtig schöne und dramatische Szene zum einen. Und zum anderen ist das Vieh auch halt riesig, ne. Ich meine, klar, es gibt hier und da große Pokémon, aber fucking Hell, Vylord ist halt einfach ein gigantisches Viech, so. Das ist in, in, in der, in der, äh, Pokémon-Welt, also nicht in der Menschenwelt, sondern in der Pokémon-Welt, ist das halt ein riesen Viech. Das ist halt, äh, ja, mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen, aber ich finde das Design einfach auch geil, ja. Das ist einfach, wer auch, Ken Sugimori hat da so eine geile Arbeit geleistet, wenn man sich das Viech mal anguckt. Das ist der Hammer. Ich finde es richtig, richtig geil. Ähm, so. Dann war mir bleibt Platz 7. Ich habe hier selber meine Liste, deswegen muss ich kurz, äh, schauen. Platz Nummer 6. Okay, da, ähm, fangen wir jetzt jetzt auch schon ein bisschen an mit den Entwicklungen. Da geht es nämlich um, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, welche Generation das war. War das, ähm, oh Gott, was war denn das nochmal? War das Pokémon Z? Kann das sein? Pokémon Z? Ich glaube, ne. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, die Generation war es, ähm, wo in Pokémon Z ist zum ersten Mal diese, diese Pflanzen, äh, Feen-ähnliche, ähm, Entwicklung, äh, entstanden. Und zwar, äh, wie es ihr hier ja in der Reihe seht, quasi Flabibi, Floet und Florges. Was soll ich sagen? Was soll ich einfach sagen? Es ist einfach geil. Es ist so, äh, sie haben so ein bisschen so diese menschlichen Züge, so Stück für Stück immer mehr. Ähm, ähm, ich finde aber dieses Design mit der Blume, ne, dass die, dass es immer mehr zu einer richtig krassen Blume wird, finde ich so eine geile Idee, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht mehr sicher, ob, ob das da eine wirkliche Entwicklung war. Ist es schon so lang her? Ähm, oder ob da irgendwie, äh, ob das eine zu einem, zu einem anderen Entwicklungszweig gehört von einem ähnlichen Pokémon. Das ist manchmal schwierig, weil, äh, ich finde schon gerade hier so dieses Design mit den Blüten und so, mit den Blumen und diesem menschlichen, meist eher weiblichen Körper, sag ich mal. Das ist schon dieses Pokémon-Design, was, ich finde ich zumindestens bei der Recherche schon ein, zwei Mal mehr aufgetaucht ist. Wo ich dann echt auch irgendwann sage, okay, ich weiß nicht mehr, welches Viech nochmal da in die Entwicklung, in die nächste Entwicklung hatte oder die Stoffe davor. Es sind halt auch einfach mittlerweile zu viele Pokémon. Sehen wir mal ehrlich, es sind einfach mittlerweile viel zu viele. Das kann sich auch kein Schwanz mehr merken, ja. Ich, ich, ich kenne halt noch so die ersten paar Generationen, da kann ich halt noch fast alle Namen. Bei der dritten wird es ehrlich gesagt schon schwierig, bei der vierten kannst du mich eigentlich fast komplett abhaken. Ähm, bei der neuen brauchen wir erst gar nicht drüber reden, ähm, weil ich die teilweise noch gar nicht gesehen habe, die Staffeln auch. Also, egal, aber auf jeden Fall, ich mag, ich finde trotzdem das Design, ich bin, ich bin so ein kleiner Sacker für Fäden-Designs, ehrlich gesagt. Also, ich finde, wenn das cool gemacht ist, wenn, wenn das, wenn die Farbe stimmig ist, finde ich, das ist hübsch anzusehen. Es soll ja auch hübsch anzusehen sein, vielleicht ein bisschen was für die Mädchen. Aber ich muss sagen, ich habe auch da meinen, äh, Spaß dran, diese Figuren, diese, diese, äh, Poge-Männer da zu sehen und, äh, beziehungsweise Poge-Frauen. Ähm, und, ja, würde sagen, das ist ne, das ist ne solide 6. Aber jetzt überlegt ihr mal, hm, wenn das auf Platz 6 ist, was auch schon, das sind so viele gute Sachen, aber die sind alle nicht in der Top 5. Jetzt kommt die Top 5. Und das ist ein bisschen wahrscheinlich, ist nicht jedermanns Sache. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Pokémon ähnlich wie Glurak, wo die Leute sagen, ah, overused und das war doch mal kacke und jetzt ist wieder, das war nicht so cool und jetzt ist es aber wieder nice. Und deswegen gehst du wieder, nee, ich fand, ich fand, auf Platz 5. Ich fand Garados schon immer nice. Garados seit der ersten Generation so geil. Es gibt ja diese eine Folge, wo es halt durchdreht, weil man es ärgert. Ähm, es, es ist einfach zu Recht, ja. Es ist einfach zu Recht, es war auch, es war auch einfach klar, dass das Garados durchdreht. Ähm, aber mal fernab von dieser Episode, später gibt es ja dann noch diese krasse Episode mit dem, äh, mit dem Mega, äh, Garados, was halt auch nice ist. Es waren sogar mehrere Episoden, glaube ich, den ganzen Ark sogar oder ein Teil, ein Teil einer Ark, einer großen, äh, gegen Ende der ersten Staffel. Also wirklich geil. Ähm, ich mag das Design von Garados, ich mag diese, diese Schlangenform, ich mag dieses, dieses Drachenähnliche, ähnliche, das finde ich cool. Und einfach durch die Mega-Entwicklung, dass da noch so eine Art Panzer, äh, irgendwie geschaffen wurde. Irgendwie, also es sieht ein bisschen, ein bisschen dicker, ein bisschen voluminöser aus. Ich finde das Design einfach geil. Es ist einfach, äh, es, es hat was. Ich finde auch, der, ich finde auch gerade so Mega-Garados hat so ein bisschen, ein bisschen was so Chinesisches oder so. Weißt du, wie so, wie so, bei so, so chinesischen Lampions, so, so, oder so, so Drachen. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es ist, es ist ein geiles Design. Wie gesagt, das mit einer, mit einer der geilsten, wie ich finde, Franchises von Designs her. Ich habe ein, ich habe ein Pokémon-Artbook, ähm, aus Japan bestellt, weil, ja, im Gegensatz zu Digimon gibt es halt wahnsinnig, gibt es halt nicht so viele Pokémon, äh, Artbooks, die man so kaufen kann. Es gab ein richtig Pseudo-Schlechtes, äh, für die erste Staffel. Das war halt wirklich noch so für Kinder, hm. Habe ich gedacht, nee, also, ich bin zwar ein großer Pokémon-Fan, so, aber, hm, bei Digimon kriegst du halt, das ist im Grunde, den ganzen Scheiß hinterhergeschmissen, so, wenn, wenn, also, wenn du Digimon eingibst, kriegst du wesentlich mehr in den Amazon oder so, als wenn du Pokémon eingibst. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich mag beides, aber wenn ich die Entscheidung treffen würde, würde mir Pokémon doch mehr zusagen, weil ich einfach auch so aus der Pokémon-Serie noch heute wahnsinnig viel, ähm, gutgeschriebene Charaktere, Ideen, Storywendungen und, ähm, Symbolik erkenne. Also, als Erwachsener, vor allem erst jetzt als Erwachsener erkenne, wo ich dann sage, das ist teilweise so gut geschrieben für eine Kinderserie, da, da muss man halt echt fairerweise sagen, da ist Digimon, also, die neuen Staffeln sind unterhaltsam und so, keine Frage, und es gibt ein paar auch richtig gute mittlerweile, aber so zwischendrin war es einfach immer so Digimon of the Week und, na, das war alles irgendwie, und es war nicht so meins auf jeden Fall, das, wie gesagt, Pokémon, wenn es Pokémon gegen Digimon würde ich eindeutig Pokémon sagen, aber deswegen mal ja auch eine Top-Ten-Pokémon-Entwicklung und nicht, äh, Digimon und Digitation. Okay, ähm, dann haben wir, äh, Platz Nummer 4. Spannend, spannend, und da denken jetzt viele, was, was, das ist doch so ein beliebtes und krass geiles Pokémon in beiden Varianten, ja. Ja, es gibt männliche und weibliche Variante, äh, von dem Pokémon, und, ähm, ich hab dich für Platz 4 Togetic, oder Togetic, ne, Togetic wird's ausgesprochen, ne, ähm, Togetic, äh, oder Togetic, ich, wie, 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 wie auch immer man das aussprechen möchte, äh, entschieden. Die männliche und die weibliche Variante sehen ja leicht anders aus, und, wenn man genau hinguckt, das ist, das ist so geil an denen, finde ich. Ähm, zum einen, wie gesagt, auch hier wieder so ein bisschen so eine etwas menschlichere Form, das finde ich ganz cool, vom Design her. Ja, ich mag auch das Weiß, also so blöd es klingt, aber es passt ja zu diesem Engel-ähnlichen, zu dieser Engel-ähnlichen Thematik, und es klingt blöd, aber ich finde dieses Weiß einfach so ansprechend, ich kann's auch einfach, ich kann's nicht in Worte fassen, ehrlich gesagt, aber es ist so nice. Und dann so zwischendrin so diese kleinen Farbnuancen, ja, bei den weiblichen und bei männlichen unterschiedlich, es sieht so gut aus, so nice. Und, ähm, ich find die cool, und vor allem, wenn du näher, also wenn man quasi näher ranzoomen würde, ähm, dann sieht man so Details an dem ganzen, an dem ganzen Pokémon, das ist, das ist unerwartet gut. Und, und auch hier wieder muss ich halt sagen, es ist, ja, es ist ein Pokémon, aber irgendwie, also man hätte vielleicht damals nicht gedacht, dass das eine Pokémon mal zu sowas wird, ne, also, das war auch überraschend irgendwie, der Moment. War auch einer, ein ziemlich cooler Moment tatsächlich, muss man sagen, ähm, quasi, ja. Und dann wurde ja sogar noch nach dieser, kann man auch wieder sagen, sehr dramatischen Szene, ähm, wurde einem ja zum ersten Mal dieses Eiersystem auch erklärt, ne. Ähm, in Pokémon gibt es ja dieses Eiersystem, das nach einer Zeit wieder aus einem Ei eben halt ein, ein, ein neues Pokémon schlüpft. Und das dann eben halt genauso wie das andere halt auch wieder, äh, sich entwickeln und bababah. Und, äh, das hat man da, äh, das wurde da ja wunderbar eingeführt in der, am Ende der ersten Eik. Das war cool, ehrlich gesagt. Also, das war dann wirklich auch so, wo du gedacht hast, äh, kommt das jetzt bald? Irgendwie Eier, die schlüpfen und Pokémon rauskommen? Das war ein, das war ein cooler Reveal auf jeden Fall. Platz Nummer drei. Okay, jetzt wird's. Okay, okay, hört mir zu. Hört mir zu. Ey, ich lieb's Design einfach. Ich, ich, ich weiß es, ich weiß es ist, es ist absurd. Ich hätte, ich hätte Tintara und Tintoxa nehmen können. Ich weiß es, wenn es um solche Pokémon geht, aber ich habe mich für Iscala und Calamaneiro entschieden. Fragt mich nicht mehr, in welcher Generation die Viecher waren. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass die bei, ähm, äh, Pokémon, äh, Sichel und Hammer, dass die auf jeden Fall vorkamen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, Iscala und Calamaneiro, ähm, die gab's da auf jeden Fall. Also, die wurden auserwählt für die Edition, ihr wisst ja. Ja, und, ähm, ey, was soll ich sagen? Ja, zum einen, ich hab nicht viel von der, ich glaub, es war die vierte Staffel, kann das sein? Vierte Pokémon-Staffel? Ich glaub, könnte vierte, ja, vierte war's, genau. Ähm, ich hab die vierte nicht mehr so im Kopf, aber, ähm, es war ja einer der ersten großen Fights mit Iscala, der sich, äh, die sich dann, also, weil, es war ein weibliches Iscala, die sich dann weiterentwickelt hat in, äh, Calamaneiro, ähm, ey, was soll ich sagen? Iscala ist so klein und putzig und süß designt und, ja, man denkt so, und nix so, oh, putti, putti, putti. Und dann entwickelt sich das zu so einem seltsamen Kraken-Tintenfisch-Mix-Fiech. Was aber so nice designt ist und die Grundidee dahinter auch so cool ist, da muss ich halt echt sagen, auch wieder hier so richtig geiles Design. Richtig cooles, kreatives, schönes Design. Okay, langsam wird's, langsam wird's spannend. Oh, das, das wird ein bisschen interessant. Okay, passt auf. Platz Nummer zwei. Hört mir zu. Ich weiß, viele nervt es. Auch hier wieder so ein Pokémon, was irgendwie alle nervt. Es ist dunkel, düster, lebt gerne im Dunkeln, im Düstern. Es ist, ähm, wenn's da ist, meistens irgendwie nicht so, man freut sich nicht so, es zu sehen, ja, egal in welcher Form. Aber irgendwie find ich's halt doch geil. Ich find's halt doch irgendwie geil. Keiner mag's eigentlich so richtig. Und eigentlich, wenn die auch auftauchen, dann weißt du, Gott, jetzt hab ich einen schlechten Tag. Aber, ganz ehrlich, schaut's euch an. Zubat. Zubat. Die Zubat-Entwicklung. Also, wir reden nicht von dem X-Bat. X-Bat ist, ey, sorry, sorry, ganz, ganz kurz. X-Bat. Diese eine Folge, wo es so, ja, diese, ich weiß gar nicht, war es schon eine Mega-Entwicklung oder war das noch eine frühere Episode? Oder, weiß egal, äh, so riesig wurde. Und dann einfach, naja, es war einfach, kein Ton mehr richtig rausgebracht hat und so. Das war, das war super seltsam und peinlich. Und auch so, so dumm over-designed X-Bat. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin mit X-Bat irgendwie nicht warm geworden. Das fand ich so dumm. Und, ich meine, allzu viel Screentime hat es auch nicht gehabt. Das fie ich, es war Ende zweit, oder fast Ende, Pseudo-Ende von der zweiten Staffel war das, war das, glaube ich, ja doch. Äh, aber, nee, nee, das, das war einfach, mit X-Bat, X-Bat schließen wir aber aus. Aber, Zubat. Es gibt Zubat männlich und es gibt die weibliche Form, die ein bisschen anders aussieht, aber ich bin beide fucking nice. Ich finde, die, die sprechen mich einfach an, die haben Stil, die sind cool, die sind vielleicht auch ein bisschen einfach designt, aber, wie gesagt, manchmal ist dieses einfache Design ziemlich effektiv. Und, wenn wir von Zubat reden, muss ich halt auch sagen, wenn ich die Variante habe, dann muss ich sagen, männliches Zubat, shiny. Shiny männliches Zubat. Der Shit. kam in der dritten Staffel vor, dann hat er auch eine recht prägnante Rolle gehabt, sag ich mal. War auch ein bisschen interessant, war mit einer der interessanteren Episoden, glaube ich, zumindestens im Kopf noch zu haben, in der dritten Staffel, auch wenn es nur eine Episode war. Aber, shiny Zubat war für mich auch ein Highlight, sodass ich es auf jeden Fall da quasi mit reinzähle. Ist ja im Grunde dasselbe so, ne? Nur halt eine andere Farbe. Und, dann natürlich Golbert. Golbert ist nicht der beste Teil der Entwicklung, muss ich sagen. Da mag ich weibliche und männliche Zubat mehr. Ja, aber Golbert ist trotzdem, trotzdem cooles Viech, ja? Trotzdem cooles Viech. Ich mag es einfach. Ich mag diese großen, also hat er quasi dann jetzt nicht mehr diese kleinen, seltsamen Flügel, sondern richtig große hinten. Und das sieht halt einfach cooler aus, muss ich halt sagen. Und, und die Idee dahinter, dass man quasi ja Fledermaus-Thematik macht, ne? Und das Ganze dann so versucht ein bisschen so, ja, Fledermäuse sind ja Vampire. Ähm, das finde ich wurde bei Golbert halt richtig gut umgesetzt. Mehr oder minder. Also darüber kann man jetzt streiten. Aber wenn dir dann X-Part anguckst, dann ist schon wieder Nix mit Vampir irgendwie. Dann doch eher Golbert, so mit dem, mit den Zähnen. Und das fand ich schon, das ist schon nice eigentlich. Golbert ist eine coole Sau, aber ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste, Zubart männlich, Zubart weiblich, beide super nice. Und natürlich Shiny Zubart. Shiny Zubart sieht halt noch ein bisschen besser aus. So, huu, lass mich nochmal kurz durchatmen. Ich fange einfach nochmal an. Und zwar, wir haben jetzt fast das Ende erreicht. Ich möchte aber noch einmal quasi durchgehen. Einfach nochmal Revue passieren, was bisher so war. Also, damit ihr mich nachher lünchen könnt und sagt, ey, aber das Pokémon ist doch scheiße und das ist overused und überbewertet und was auch immer. Damit ihr das nochmal schön sagen könnt. Auf Platz 10 meiner persönlichen Top 10 Pokémon-Entwicklungen, also Pokémon und ihre Entwicklungen. Platz 10 Hundemon. Platz 9 Galoppa. Platz 8 Glurak. Platz 7 Vylord. Platz 6, ja die Flabibi, Fluet und Florgas. Platz 5, äh, Platz 5, Garados und Mega-Garados. Platz Nummer 4, Togetic, männlich und auch Togetic, weiblich. Platz Nummer 3, Iscala und Calamanero. Auf Platz Nummer 2 waren männlicher Zubart, weiblicher Zubart, Shiny Zubart und Golbert. Platz 1, und jetzt Platz 1, letzten Endes, letzten Endes haben es viele gewusst, ja, ich liebe nun mal einfach, ich liebe einfach nun mal die zweite Generation der Pokémon. Ich, äh, ich, da ist einfach, da schwingt mein Herz einfach mit. Platz 5, das ist auch, das mag auch ein bisschen Nostalgie sein, aber ich finde auch so die zweite Staffel quasi, wenn man es so will, finde ich halt ein richtig geiles Brett so. Und es sind ja, sag ich mal, so Teile von der ersten Staffel, auch in der zweiten, weshalb ja das eine Pokémon, was ich euch jetzt gleich nenne, ja auch in der ersten Staffel vorkam. Und es handelt sich natürlich um mein All-Time-Favorite, so witzig, aber derbe und seltsam und, ach, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben bei dem Design. Aber ich liebe diese Entwicklung, die sieht einfach, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber es spricht mich total an. Und es ist ungewöhnlich, aber es hat einfach was. Natürlich spreche ich von... Ladybar und Ledian. Es ist einfach, was soll man sagen, diese Entwicklung, die ist der Hammer. Ladybar damals und Ledian irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt irgendwo vorkam, in einer der Staffeln, in den ersten drei. Oder ob das in späteren Pokémon-Folgen erst vorkam. Aber es ist auch egal, letzten Endes finde ich die beiden so geil. Ladybar ist ein bisschen seltsam overdesigned, so, wo man denkt, so, okay, ich weiß, was ihr vorhattet, so, aber irgendwie sieht's falsch aus. Aber doch richtig, aber Ladybar, Ladybar ist so on point, dieses Design, simpel und doch strukturiert und hier mit Flügel und ja, Farbgebung und ja, ich liebe es einfach. Und deswegen ist Ladybar und Ledian meine Top, meine Nummer 1, der Top 10 Pokémon und ihre Entwicklung. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann würde ich sagen, haben wir die 30 Minuten Marke auch geknackt. Wie gesagt, ihr könnt gerne in die Comments schreiben, wenn ihr Fehler entdeckt habt. Und bis dahin, ja, wünsche ich euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga, einen wundervollen dritten Advent. Und ja, ich hoffe, diejenigen, die sich ein Video gewünscht haben, wo ich einfach mal drauf Lust hatte, haben sich gesagt, okay, das hat sich gelohnt. Das würde mich freuen. In diesem Sinne, ich bin euer René von der Maison Manga und ich sage wieder einmal, ciao, bye, bye. Ich bin euer René von der Maison Manga.